Und wir sind wieder hier in Stellaris, in unserem knackig-eckigen, in die Ecke gedrängten Durchgang, Spieldurchgang. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir einen... Oh, warte mal, Zerstörer, genau, ich kann doch die Zerstörer schon planen. Ne, der war falsch, nicht der Expeditionsplaner, der Schiffsdesigner. So, der Zerstörer kommt weg. Wenn ich fertig bin. Vorposten, Schiff, Buch. Artillerie, Buch. Äh. Neh, ich die Atomraketen, die Wächtung-Verteidigung, oder habe ich noch eine andere? Zwei, eins. Kanonenboot-Hack. Reichtweite 45, so nah soll der eigentlich nicht ran. Reichtweite 50. Minus 100% Schildbeschädigung. Okay. Ach ja, genau, die Raketen können ja jetzt mittlerweile auch einen... ...einen Schild haben. Das, äh... ...hab ich ja ganz vergessen. Zerstörer. Herakles. So, dann, äh, müssen wir den anderen natürlich noch... ...en Klaver angegriffen. Einer unserer, ja, wurde von Primitiven... ...einer der, äh, zählenweise unserer Maunen zu entsprechen. Bevor unsere Zieseskräfte vertrieben wurden, können schlachten sie zahllose Kolonie. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich denke, die sind alle weg. Was soll denn das? Hier, B-B-Jal Prime. Wo sind sie denn? Hier. Hause kaputt! Wo sind die denn? Da sind doch gar keine mehr da. Was denn? Lass mich. Warts ab! Sorry. Oh, rekrutieren, Wissenschaftler. So, dann brauchen wir aber noch einen, äh... ...Gouverneur. Eigentlich wollte ich da hin, genau. So, Gouverneur. Was haben wir denn hier? Nahrung und Hildrokultur-Erfahrungs-Zowachs nehmen wir den. So. Golea Prime brauchen wir nicht, aber Gouverneur muss definitiv einen Raumhafen haben. Einen Raumhafen haben. Das kostet 100. Das kostet 100. Okay. Korvetten werft. Und die synchronisierte Verteidigung wäre auch nicht schlecht. Wir bekommen auf jeden Fall einiges mehr an Informationen hier. Also noch vor ein paar Wochen. Ja, gebt mehr Einfluss. Ich gebe dir nicht eine Sternenkarte. Okay, gut. Ich gebe dir doch Sternenkarte. 14 Jahre Forschungsabkommen. Ist gut. Forschungsabkommen ist genau dasselbe wie in Civilization. Das ist ein spezielles Projekt. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Sehr gut. Wir erforschen Dinge, die diese Leute haben, schneller. Was uns jetzt nicht viel gebracht hat, weil die Technologiestufe ebenbürtig ist. Na, vielleicht haben wir doch andere. Grenzen geschlossen. Sollen wir... Och, dieses Flimmern. Oh, da kriegt man Augenkrebs. Oh, Ion-Triebwerk. Sehr gut. Verteidigungsplattform wäre auch nicht schlecht. So, dann gehen wir in den Schiffsdesigner. Automatisch fertigstellen. Speichern. Korvette. Automatisch fertigstellen. Und speichern. Eine sehr angenehme Kiste übrigens. Aufgraden. Psi-Aliens. Da gibt's ja immer mehr Psi-Aliens. Was ist da gekommen? Aha. Irgendein Guffelschiffchen. Wir haben jetzt aber, Moment, im Schiffsdesigner noch gar nicht, weil wir es noch nicht haben. Ha! Ich dachte, wir hätten jetzt die Militärstation gerade erforscht. Aber die haben wir... Die erforschen wir ja erst. Noch. Oh. Kinophilie. Charismatisch. Defensivabkommen. Es kostet uns Einfluss. Das möchte ich nicht. Oder möchte ich das? Weiß ich nicht. Möchte ich das haben? Die sind noch nicht in einer Föderation. Ach komm. Ich mach das mal. Ich hab ja genug. Handelsabkommen. Forschungsabkommen. Wie sieht's aus? Kriegst du noch Sternenkarten dabei? Ja. Sehr schön. Nee. Er will nur 10 Jahre. Gut. Dann machen wir 10 Jahre. Ha! Guck an! Ihr haltet uns den Rücken frei wie euch. Find ich gut. So. Und angenommen. Sehr schön. Und was haben wir? So langsam aber sicher scheint es zu werden. Warte mal. Habe ich das gerade richtig gelesen? Camperous Sons? Wo sind die denn? Das sind die die mich mögen? Das finde ich... Scheiße! Das finde ich scheiße! Garantiert die Unabhängigkeit von... von Zünnreich. Ich wollte die ja angreifen. Das ist jetzt kacke. Dann müsste ich ja beinahe die Bessadon angreifen. Das ist ja blöd. Mit denen aus feindlich und eben... Flottenstärke unterlegen. Das könnte ja vielleicht sogar langsam aber sicher einen... äh... uns einen Fuß in die Tür setzen lassen. Was ist denn hier alles besser dann? 224. Okay. Wenn wir denn... so langsam aber sicher mal ein paar... ordentliche Schiffe oder Flotte nehmen. Okay. Ich glaube ich sollte wirklich langsam... wenn ich das wollen würde. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich glaube wenn die so wenig Flotte... wenn die... wenn die Flotte unterlegen ist, dann sollte das... möglich sein, dass wir das hinkriegen. Schicken wir die Flotte mal los. Angriffsflotte haben wir ja. Schon. Zwangsläufig. Incoming Transmission. Perima Bostina. Ach du kannst mich mal. Ich werde kein Vasall. Wieso wollen die alle, dass ich... dass ich Vasall werde? Konstruktion complete. Ist ihr verheckt? Verreckt Oberherr. Okay. Verheckreckt. So, was möchte ich haben? Ich möchte Deneb. Grenzen öffnen Zünreich. Demütigen Zünreich. Äh... Planet abtreten. Unity Deneb. Planet abtreten. Gemma. Die da unten können sie behalten. Deneb und Gemma möchte ich. Fargis? Aloram, Roshan. Kenn ich nicht. Alles klar. Ja, ich glaube das äh... Das ist gut. Incoming Transmission. Ja, ist okay. Nicht anderes Versprechen. Ist, ist, äh... Ist okay. Ist gut. Verteidigungsplattform. Sehr schön. Raumhafen. Das brauchen wir langsam. Aber sicher. Oder eher sicher als langsam. Oh. Die kommen hinterher. Das finde ich gerade ziemlich cool. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Admiral erlangt Eigenschaft. Oh. Nachschub umzugehen. Unterhaltskosten zu minimieren. Das ist geil. Andersversprechen. Einladung. Okay, das interessiert mich nicht. Ach, verdammt. Ich habe ja gar keinen. Forschungsschiff mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, das ist ja immer noch eine Plotte. Okay. Wachstumsrate. Biolabor. Wachstumsrate ist nicht schlecht. Aber das Biolabor ist besser. Dom, Dom. Wir haben grüß. Es wäre richtig geil, wenn die jetzt keine Raumhafen mehr hätten. Und ich... Wo denn? Ach, ich habe jetzt ernsthaft mit denen... Auch Krieg. Oder was? Wieso ist das denn jetzt eine feindliche... Ich habe doch nicht Angriffsversprechen mit denen. Wieso habe ich mit denen jetzt Krieg? Bei denen hat es doch auch funktioniert. Na, danke fürs Gespräch. Dann bin ich ja gleich weg. Super. Na gut, Team. Das muss ich noch nicht mal versuchen. Ja, wie wäre es mit weißem Frieden. Was hältst du davon? Null. Super. Ach. Die wollen jetzt auch noch. Ja, super. Dann hat sich das Thema erledigt. Dann ist das Let's Play wohl jetzt vorbei. Denn ich werde das nicht überleben. Das wundert mich jetzt nicht. Ja, nicht Angriffsversprechen brechen. Genau. Wir sind im Krieg. Aber ich darf sie nicht angreifen. Oder was? Fick dich ins Knie. Naja, wenn man nicht aufpasst, dann passt man nicht auf. Dann ist man dumm wie Brot. Gut. Dann tun wir mal so, als würden wir... Oh. Also gehen weiter. Das dachte ich mir doch schon. Station under attack. Station under attack. Also... Das wird nicht funktionieren. Das weiß ich. Da habe ich nicht aufgepasst. Jo, das war das. So, aber warte mal. Wie sieht das denn jetzt mit den anderen aus? Ach, guck an. Da sind jetzt die... Die hier da. Transportflotte. Ach, die nehmen jetzt die ganzen... Ja, die nehmen jetzt... Die nehmen jetzt die ganzen Planeten ein, damit ich jetzt definitiv verliere. Ja, ja, okay, gut. Das hat... Das war dann... Das jetzt. So. Station under attack. Situation log updated. Situation log updated. Summa. Ah, ja, ist in Ordnung. Alien Vessel, stell dir vor, die sind überall. Das ist ein ganzes Universum voll mit Aliens. Ne separate platz. Das war's für heute. Moment. All right. Station under attack. Enemy troops landing. Ich glaube nicht, dass ich das noch hinkriegen werde. Ich bin mir nahezu sicher, dass das Thema jetzt durch ist. Also ich habe ja nichts mehr. Wenn jetzt nicht ganz zufälligerweise noch irgendwas passiert, dann... Aber ich frage mich jetzt ganz ernsthaft, warum die nicht angegriffen wurden? Die wurden nicht von denen angegriffen. Aber ich werde jetzt hier fertig gemacht. Hostile fleet detected. Station under attack. Ach, die wollen nach Valinor wahrscheinlich. Okay, dann war es das jetzt. Okay. 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 2,7k. Ja, 39%. Das war's. Also ich muss aufgeben. Dann, ähm... Ist dieses Let's Play hiermit vorbei. Äh, ich... Ich komme ja... Ich komme ja nicht mehr dazu. Minus 29%. Ich muss den... Meine... Planeten abdrücken. Würden die sich mit Pidial zur Verfügung geben? Wahrscheinlich eher weniger. Hostile fleet detected. Ne. Der hier. Kapitulation. Axel Tanz 49. Das heißt... Hostile fleet engaged. Ne. Also... Nur wenn ich alles abtrete. Wenn ich alles abtrete, dann war's das. Und dann hat sich das Thema erledigt. Also, ich versuch's nochmal neu. Danke fürs Zugucken. Und, äh... Wir sehen uns bei der nächsten Folge dann. Bis denn dann. Ciao, ciao.